Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe den Titel jetzt gerade erst gelesen, Luciano, warum sagst du ständig Skrr, Kinderfragen, Rapper, Late Night Berlin Pro 7. Leute, ich habe unnormal, unnormal Bock drauf, ich habe es gerade gesehen, dachten wir, let's go, wir müssen uns das geben. Luciano, Kinderfragen, Rapper, wir hatten jetzt schon einige, einige Folgen, letztens war Shirin, Cello Abdi, Capiborza, Vueysel, Dardan, es waren schon so, so viele dabei, schreibt mir mal bitte rein, wen würdet ihr hier auch gerne sehen, so, für mich, ich fände SSIO wäre cool und Farid Bang, ich glaube, die beiden wären übertrieben lustig, ich weiß nicht, ob Luciano der schüchterne sein wird oder einfach so der offene, so ein bisschen, ich bin drauf gespannt, wir starten natürlich rein, natürlich, das Intro können wir hier an der Stelle skippen, so, okay, Kinderfragen, Rapper mit Romeo und Pauline, let's go. Willkommen bei Kinderfragen, Rapper, ich heiße Pauline und ich bin Romeo, heute begrüßen wir Luciano. Mikro, Mikronos, licht ein Hit. Ich muss es leider jetzt sagen, Digger, weil, ähm, weil ihr Bescheid wisst, das Song skipp ich auch mal, weil wir kennen, glaube ich, äh, den Song, wilder, wilder Song, Digger, hab ich sogar Bock nochmal zu hören. Digger, ähm, ich sag mal so viel, wir müssen hier sehr viel auf Pause drücken, es ist Pro 7. Gut, wir sagen so alle. Hallo Luciano. Hi, moro Skrrr. Was geht's? Skrrr. Skrrr. Geht euch gut? Ja. Ja? Freut mich. Ey, Junge, ich weiß, ich bin, ich bin sehr, sehr drauf gespannt, die zeigen ja auf dem, äh, auf dem Fernseher immer so ein Musikvideo, ich hoffe, es kommt nicht dieses eine Video, ich hoffe, es kommt nicht dieses eine Video dran, ich hoffe, es kommt nicht dieses eine Video dran, ich glaube, wir alle wissen welches. Wie geht's dir? Mir geht's super. Was hast du heute so gemacht? Ich hab ein bisschen länger geschlafen, weil ich hatte gestern voll den späten Flug und dann war ich voll müde und hab heute ein bisschen länger geschlafen. Hey, Junge, wie cool ihr einfach so mit denen redet, ne, so richtig easy so, als wäre das für den so gar kein Problem. Ich glaube, ihm ist das so nicht, es wird ihm nicht so unangenehm sein. So, ich denke mal, dass er das mit so einer Leichtigkeit rüberbringen wird, alles Rap-Star und so, ne. Kann auch lustig werden. Hast du deswegen auch noch deinen Schlafanzug an? Oh, ho, ho. Ja, nein. Das ist mein Lieblings-Jogging-Ansuch. Skri-Pau. Hättet ihr jetzt so sagen müssen. I have a real talk. Luciano hat die geilsten, geilsten Ad-Libs, äh, im Deutschrap. So, buh, 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 buh. Dieses Küssen ist okay, das fühle ich jetzt nicht, aber so, seine Ad-Libs sind schon fresh. So, aber damit könnte ich auch schlafen. Ich wäre auch ein cooler Pyjama. Dann wollen wir mal dein Video anschauen. Okay. Oh, Jäger-Jäger-Jäger-Jäger-Meister plus Red Bull, Digga, wer kennt das noch? Digga, natürlich, das müssen die meisten von euch kennen, Alter. Ich dachte, die nehmen jetzt dieses Video. Welcher Song war das noch mal? wo man nur die eine Frau gesehen hat. Okay. Wilder Song, aber Junge, wie Luciano fühlt. Wie Luciano fühlt, ist auch einfach geil gerade. Junge, Junge, Junge. Irgendwie habe ich Bock, gerade den Song zu hören, ne? Ihr seht, das meine ich halt mit diesem ständigen Pause drücken, weiter, Pause drücken, weiter. Real Talk, Leute, es kommt anders nicht online. Ich schaffe es nicht, das anders online zu bringen. Es ist so schwer, alle Reactions von mir auf Kinderfragen. Rapper werden immer gesperrt, wenn ich eine Sekunde viel mehr laufen lasse. Damit ihr auf jeden Fall da Bescheid wisst. So. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommen die Fragen dran. Aber Luciano hat gut gefühlt, ne? Der hat seine Musik gut gefühlt gerade. Natürlich die beiden nicht, er guckt so zu denen rüber. Beide so voll versteinert, Alter. Jetzt Romeo kommt mit der Frage, ne? Dieses, wahrscheinlich das mit dem Skrpao. Immer Bu, Bu, Bu. Bu, Bu, Bu. Ähm, ja. Also, in der Musiksprache nennt man das Adlib, ne? Das füllt so die Lücken. Okay. Er erklärt denen das jetzt. Ich dachte, er sagt jetzt einfach, ja, weil es einfach cool klingt in Songs oder so. Aber er geht richtig in die Materie rein. Adlibs, Songs, Lückenfüller. Zwischen meinem Songtext. Ich mag Bu, Bu, Bu. Wie jeder, wie jeder, wie es Bu, Bu, Bu macht. Ey, jetzt Romeo auch, er will ein Bu, Bu, Bu zurückkriegen von Luciano. Oh, Mann. Geil, Junge, jetzt schon geil, Digga. Jetzt schon geil, Digga. Das Ding geht fünf Minuten, Digga. Stimmt, ne? Luciano macht ja, äh, nicht Bu, 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 Sondern Bu, 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 Bu. So in diesem Tempo, halt, ne? Er bringt den Kids schon seine Adlibs bei, Digga. Wenn das ein Rapper macht, dann hätte er es wirklich geschafft. Er hat es geschafft, Junge. Er bringt Kids Adlibs bei. Er sagt, er hat einen neuen. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich hab jetzt einen neuen. Er geht so, yeah. Ja. Wir müssen es so machen. Kennst du, wenn jemand was alleine macht und sich dann so ein bisschen dumm vorkommt? Die beiden einfach nur so, ne, ne, das mach ich jetzt nicht, das mach ich nicht. Und er will jetzt die, er will die jetzt zwingen, damit das nicht so ein bisschen cringe aussieht. Aber es ist auch ein wilder Adlib, Mann. Wilder Adlib, Digga. Vor allem, wenn, äh, auf, auf Drill Songs, ne? Boah. Ne, hab ich keine Lust. Okay. Sind deine Freunde der Loco-Squad? Ja, der Loco-Squad sind meine Freunde. Okay, aber ich muss sagen, bis jetzt ist es echt ein, äh, nices Interview, ein Interview, sag ich mal. Gefällt mir gerade gut, gefällt mir gerade gut. Beste Stelle war dieses Buu-Buu-Buu, Junge. Wenn das nicht als, äh, Meme kommt, wenn das nicht in Clips auf Insta und so reinkommt, TikTok, Insta, ihr wisst Bescheid. Ist das sowas wie eine Bande? Äh, also damals war es eine Bande. Ja, da haben wir uns zusammen getroffen, im Hof und dann waren wir. Ein bisschen Tee getrunken und ein bisschen Kekse und er erklärt ja nicht, ich glaub, er erklärt jetzt nicht wirklich, was die gemacht haben, oder? So. Okay, okay, Junge. Loco-Squad-Gang. Habt ihr damals was Verbotenes gemacht? Ähm, nein. Ja. Oh! Junge, er ist richtig ehrlich hier, krass, er ist wirklich ehrlich. Okay, das ist ihm aber jetzt auch unangenehm, man sieht das. Hätte ich nicht gedacht, dass er so ehrlich ist. Okay, 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 ich dachte so, er würde so jemand sein, ja, sind Kinder, kann nicht ein bisschen an denen vorbeireden, werden die schon nicht checken, aber, boah, okay, ohne Wartes. Jetzt wird die locker, sie wird jetzt fragen, was denn? Locker! Was denn? Boah! Also, wir haben, äh... Ich sag doch, Digga, wenn du Kindern die Wahrheit sagst, dann wollen die die ganze Wahrheit haben. So, er hätte einfach nein sagen müssen. Wir waren einfach, wir haben uns zusammen getroffen, wir haben zusammen Karten gespielt oder so. So, einfach dran vorbei. Aber dann hätte sie gesagt, ich glaub dir nicht. Äh. Habt ihr jemanden geschubst? Ich glaub schon. Hahaha. Aber nicht... Oh, Mann, Alter, oh mein Gott, das gefällt mir gerade richtig, Junge. Es beginnt, für Luciano wird es schon sehr, ähm, unangenehm. Es wird schon, aber man merkt, Luciano ist kein Lügner, Junge. Er ist auf jeden Fall kein Lügner. Er sagt immer die Wahrheit. Zu doll, natürlich, ne? Immer angemessen geschubst. Hast du denn Hausarrest bekommen? Ja. Hausarrest hab ich bekommen. Ja, Hausarrest hab ich, stell dir mal so'n Luciano vor, der so Hausarrest bekommt, Junge, in seinem Zimmer. Buu, 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 buu. Oh, Mann, Alter, oh, Mann. Geil, geil. Ich kenne Red Bull, aber was ist ein Jackie Cola? Ähm, Jackie Cola ist ein Erfrischungsgetränk. Es dürfen keine Kinder trinken. Hahaha. Jackie Cola, wie er das so formuliert, ne? Fühle ich. Ist ein Erfrischungsgetränk. Es dürfen keine Kinder trinken. So. Punkt. Nice. Junge Romeo, Romeo weiß Bescheid, Junge. Romeo weiß Bescheid, Alter. Romeo weiß doch Bescheid. Er wollte doch Polizist werden, ne? Hat er doch bei Capibaza gesagt. Und, äh, Pauline wollte hier Rapperin werden. Sehr egal. Weiter geht's. Und für Erwachsene ist es gesund? Ne, das ist auf keinen Fall gesund. Warum trinken das denn die Erwachsenen? Er muss jetzt den bringen. Warum trinken, äh, Kinder denn Cola? So, trinkst du Cola? Ja. Und warum trinkst du es? Gegenfrage. Oh, Mann. Digga, wo haben die den reingetan? Er kann nicht mehr antworten. Ähm, weil sie dann besser tanzen können. Ich will auch besser tanzen. Ich glaube, ich probiere mal. Nein, auf gar keinen Fall. Also man kann auch ohne Alkohol gut tanzen. Jetzt kommt wieder der Papa Luciano aus ihm gerade wieder raus. So, manchmal wieder der, der lustige. Ein bisschen unangenehm. Jetzt kommt wieder der ernste Papa Luciano. Irgendwo Luciano so als Papa. He, he. Wild. Wild. Kannst du gut tanzen? Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, natürlich. Oh, jetzt kommt Drill, ne? Jetzt kommt, ja, 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 Junge Drill. Wild, Junge, wild jetzt. Guck. Sie guckt. Sie denkt sich auch nur so, was ist das für ein Tanz? Aber das ist der fresheste Tanz, Digga. Und Drill, King of Germany, auf den reagieren wir gerade. Romeo. Nein. Skrpau. Hat sie gefallen oder nicht? Wow, wow. Ist cool, ne? Hast du eine Freundin? Skrpau. Ich fühle von Luciano, von allen Adlibs, ne, buh, 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 finde ich sowieso nice. Dieses, dieser Kussgeräusch, Digga, fühle ich nicht. Yeah, ist auch nice, aber Skrpau. Das ist so irgendwie deutsch-raptechnisch von allen an sich mein Lieblings-Adlib, Digga. Ist mir so aufgefallen. Äh, nee, gerade nicht. Uuuuh. Warum nicht? Ähm, ich hab noch nicht die richtige... Oder man sagt, man ist Single wegen den ganzen Fangirls, ne? Digga, machen die ja wirklich in diesem Business, Alter. Ja. Okay, wie alt ist Luciano eigentlich, Digga? Keine Ahnung, wie alt er ist, aber so alt ist er nicht, oder? Freundin, jetzt gerade im Moment getroffen. Deswegen. Das tut mir leid. Nein, aber... Ja, ich bin ja noch jung, ich kann ja noch ein bisschen mein Leben... Nein, das muss dir nicht leid tun. So, jetzt fängt er an zu heulen. Nein, das muss dir nicht leid tun. Digga. So viele Frauen wie Luciano hatte... Diese Zahl kann ich nicht mal aussprechen. Meine Güte, ey. ...leben, leben. Und dann gucke ich so, was für eine schöne Frau ich treffe. Das war ein tolles Interview mit dir, Luciano. Dankeschön, es hat echt viel Spaß gemacht. Oh mein Gott, Digga, ich achte gerade wirklich darauf, dass das Interview vorbei ist, ne? Digga, Real Talk, wir haben so viel geredet, so viel pausiert, aber mir ist die Zeit... Die Zeit ist so schnell vergangen, ne, für mich. Krank. Ey, aber es war ein geiles Interview, findet ihr nicht auch? Es war sehr, 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 sehr nice. Oh Mann, das nächste Mal muss SSO oder Farid Bang dahin, Alter. Okay, Leute, das war's, macht's gut, haut rein und abonniert gerne den Channel und ciao.